Kleinkriminelle am Jungfernstieg. Eine Gruppe Jugendlicher hat am letzten Wochenende auf dem Hamburger Dom einen 16-Jährigen ausgeraubt. Die Polizei konnte alle Beteiligten vorläufig festnehmen. Weitere Ermittlungen ergaben nun, dass einige der Jugendlichen schon zuvor polizeilich aufgefallen waren. Zwei hatten in der Vergangenheit Platzverweise vom Jungfernstieg bekommen. Einer soll wegen Ladendiebstahls aufgefallen sein. Ob noch weitere Delikte einzelnen Jugendlichen zugeordnet werden können, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017